Hast du jemals gedacht, dass Stillen die schwierigste Sache ist, die du je gemacht hast? Als mein Sohn geboren wurde, stellte ich mir vor, dass das Stillen eine schöne Erfahrung der Verbundenheit sein würde. Stattdessen fühlte es sich wie ein ständiger Kampf an. Ich versuchte alles. Verschiedene Positionen, Stillberaterinnen, sogar Ernährungsumstellungen. Nichts schien zu funktionieren. Ich war erschöpft, frustriert und fühlte mich wie eine Versagerin. Und dann, eines Abends während einer weiteren erfolglosen Fütterung, stieß ich auf eine Geschichte über Milkys Schmuck. Die Idee, meine Muttermilch in ein schönes Schmuckstück zu verwandeln, faszinierte mich. Es symbolisierte die Reise, die Anstrengungen und die Liebe, die ich in den Versuch steckte, meinen Sohn zu ernähren. Ich beschloss, es zu versuchen. Der Prozess war überraschend einfach. Ich schickte eine kleine Menge meiner Muttermilch ein und erhielt nach wenigen Wochen eine wunderschöne Halskette. Ich weiß, ich war auch skeptisch. Würde es halten, was wenn es auf dem Postweg verloren geht. Aber Milkys hat mir detaillierte Informationen dazu gegeben, wie sie die Echtheit und Haltbarkeit jedes einzelnen Schmuckstücks sicherstellen. Sie bieten auch ein System zur Nachverfolgung der gesendeten Materialien an, was meine Bedenken zerstreut hat. Die Entdeckung von Milkys hat meine Erfahrung verändert. Die Halskette erinnert mich jeden Tag daran, dass ich mein Bestes gebe. Und das ist genug. Wenn du vor ähnlichen Herausforderungen stehst oder einfach nur deine Reise in Erinnerung behalten möchtest, besuche Milkys. Erstelle jetzt deinen Erinnerungsschmuck und mache aus diesen Momenten ein bleibendes Andenken. Und weißt du was? Letztendlich wurde alles besser. Mit Zeit und Geduld. Und wir sehen uns noch. Jetzt wird es gut. Ich kenne dich. Ich kenne dich. Es ist die Nase. Tschüss ... Nase. Schreit. Wir sehen uns noch an. Sie ist ein Eck.